Kommt zwar nicht ganz so häufig vor, aber Figure of Eight gibt es auch nach links. Das heißt, wir machen Seite, Dahinter, Viertel, Schritt, Halbe, Viertel, Dahinter, Viertel. Wer die rechte gewohnt ist, also ich zumindest, war die rechte gewohnt und hatte tatsächlich nach links am Anfang so ein bisschen meine Probleme. Meine Eselsbrücke war die gleiche, wie ich es am Anfang immer rechts hatte, und zwar 1, 2, 3 und dann 4, 5. Der Rest geht von alleine. 6, 7, 8. Das heißt, wenn man so nach links gemacht hat, Seite, Dahinter, Viertel, Step, Halbe. Dann hat man quasi das Schlimmste hinter sich. Dann kommt nur noch Viertel, Dahinter, Viertel. Nochmal mit Zählen. 7, 8. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nochmal mit Ansagen. 7, 8. Seit, behind, Viertel, Step, Halbe, Viertel, Behind, Viertel. Mach mal mit Zählen. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das war's schon. Viel Spaß. 하게內ucherballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballball